Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir alle registrieren, was um uns herum in der Welt passiert. Wir alle sehen auch, wie bewährte Grundsätze in Zweifel gezogen und Partnerschaften auf die Probe gestellt werden. Wir alle sehen, wie sehr Europa durch seine geografische Lage exponiert ist. Denn die Kriege und Konflikte in Syrien, Libyen oder der Ukraine finden nicht irgendwo auf der Welt statt, sondern nur wenige Flugstunden von Berlin entfernt. Wir alle sehen, dass die Verletzung völkerrechtlich anerkannter Grenzen in Europa kein Tabu mehr ist. Wir alle sehen auch, wie sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft zunehmend verlagert, ganz besonders nach Asien, nach China. Europäische Unternehmen sind nicht mehr in allen Bereichen an der Weltspitze. Gerade im digitalen Fortschritt entwickeln sich andere Regionen deutlich schneller. Ich bin deshalb überzeugt, erstens wartet die Welt nicht auf uns, weder auf uns in Deutschland noch auf uns in Europa. Und zweitens brauchen wir mehr denn je europäische Antworten auf die drängenden, großen Fragen unserer Zeit. Und das ist genau der Geist, in dem wir auch morgen beim informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs die Debatten über Europas Zukunft führen. Noch einmal im kurzen Rückblick. Wir haben 2016 in Bratislava damals begonnen, einmal als Erkenntnis daraus, dass wir viele Entscheidungen zu langsam treffen, aber auch als Antwort auf die Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen, einen Prozess aufzusetzen. Und wir haben Schwerpunkte für das gemeinsame Handeln als Staats- und Regierungschefs entwickelt in den Bereichen Migration, innerer und äußerer Sicherheit, sowie nicht zuletzt wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Und in diesen Bereichen wollen wir die Menschen mit konkreten Antworten überzeugen und ihnen zeigen, dass Europa etwas für die Menschen in den einzelnen Ländern erreicht. Und dies haben wir anlässlich der Feier zu 50 Jahren römischer Verträge im vergangenen Jahr noch einmal bekräftigt. Im Oktober letzten Jahres hat sich der Europäische Rat dazu ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm gegeben, mit dem wir die einzelnen Arbeitsetappen bis zur Europawahl 2019 bestimmt haben. Und darin erordnet sich auch ein der morgige informelle Rat. Und deshalb ist es auch alles andere als ein Zufall, dass das erste Kapitel des neuen Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD Europa gewidmet ist. Vielmehr ist das unsere nationale Antwort auf die europäische Agenda. Und ich übertreibe sicherlich nicht, wenn ich feststelle, prominenter stand Europa bisher in keinem Koalitionsvertrag. Damit betonen wir das, was ich schon so oft mit dem Satz zum Ausdruck gebracht habe, dass es auch Deutschland auf Dauer nur gut gehen kann, wenn es auch Europa gut geht. Und damit geben wir ein klares Bekenntnis zum europäischen Arbeitsprogramm ab, denn wir brauchen einen neuen Aufbruch für Europa. Und ganz besonders drei Bereiche sind dabei wichtig, auch in meinen Gesprächen heute und morgen in Brüssel. Erstens das uns alle so sehr beschäftigende Thema der Migration. Hier haben wir in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, weiterhin konsequent an den Fluchtursachen anzusetzen. Niemand flieht ja nun vor Krieg, Verfolgung oder Perspektivlosigkeit. Niemand verlässt seine Heimat leichtfertig. Und im Umkehrschluss heißt das, dass der Kampf gegen Fluchtursachen, ein Kampf für Lebensperspektiven in der Heimat oder zumindest nahe der Heimat zu sein hat. Am Freitagvormittag, also morgen Vormittag, direkt vor Beginn des Informellen Rates, findet ein Treffen der EU-Kommission, der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen mit den fünf Sahelstaaten, also Tschad, Mali, Niger, Burkina Faso und Mauretanien statt, an dem auch Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland teilnehmen werden. Und hierbei werden wir uns mit der Kooperation beschäftigen beim Kampf gegen illegale Migration. Es wird um Entwicklungshilfe sowie um den Kampf gegen den Terrorismus in der Region gehen. Dank der EU-Kommission, die dort eine große koordinierende Rolle spielt, sind wir hier vorangekommen. Und Deutschland hat sich in diese Kooperation in den letzten Monaten intensiv eingebracht. Insbesondere in Niger unterstützen wir die Regierung beim Kampf gegen skrupellose und menschenverachtende Schlepper und Schleuser. Und, und das ist ja die Voraussetzung, das sehen wir immer wieder, für einen nachhaltigen Erfolg, schaffen wir gemeinsam mit der nigrischen Regierung Perspektiven für Arbeit und Bildung für die Menschen in den betroffenen Regionen. Und außerdem unterstützen wir die wirklich sehr segensreiche Arbeit der Internationalen Organisation für Migration, IOM, sehr intensiv. Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD darüber hinaus die Notwendigkeit eines wirkungsvollen Schutzes der europäischen Außengrenzen unterstrichen. Und nicht zuletzt halten wir an der Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Asylsystems Flüchtlingsfest, das krisenfest und endlich auch solidarisch sein muss, gerade auch, was die faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU angeht. Applaus Und dies, meine Damen und Herren, ist das bei weitem unbefriedigendste Kapitel der europäischen Flüchtlingspolitik. Das steht völlig außer Frage. Aber ebenso völlig außer Frage steht, dass es mit Zähigkeit und mit Geduld gelingen wird, zu einer nachhaltig-solidarischen Lösung zu finden. Unser Ziel ist es hier, bis Juni dieses Jahres wesentliche Schritte erreicht zu haben. Zweitens geht es um die Wirtschaft. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union ist und bleibt zentrale Aufgabe, gerade in wirtschaftlich guten Zeiten. Es ist deshalb von gar nicht zu unterschätzender Bedeutung, dass es den Menschen in der Europäischen Union nach den schweren Jahren der europäischen Staatsschuldenkrise inzwischen wirtschaftlich zunehmend besser geht. Alle EU-Mitgliedsstaaten verzeichnen ein stabiles Wachstum. Die Aussichten für dieses und für das kommende Jahr sind positiv. Europaweit haben heute so viele Menschen Arbeit wie seit neun Jahren nicht mehr. Aber wir dürfen uns auf diesen Erfolgen keineswegs ausruhen. Im Gegenteil. Es geht zum einen darum, schnelle Fortschritte bei der Gestaltung des digitalen Wandels zu machen. Gelingt es uns Europäern, die neuen technologischen Möglichkeiten so zu nutzen, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben? Diese Frage ist offen. Davon hängt der Wohlstand für die Zukunft ab. Deshalb kommt der Schaffung des digitalen Binnenmarktes eine entscheidende, ich würde sagen, die entscheidende Bedeutung zu. Die Estnische Präsidentschaft hat hierzu auf dem Sondergipfel in Tallinn im vergangenen Herbst einen bedeutenden Beitrag geleistet und uns im Übrigen vor Augen geführt, wie weit man auch national sein könnte. Es geht hier um den Ausbau der Infrastruktur, um Forschung im Chip-Bereich. Es geht um Forschung vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz, Fragen der Besteuerung von internationalen Internetkonzernen, Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt im Mai diesen Jahres beginnt und die unsere Wirtschaft vor große Herausforderungen stellen wird. Es geht natürlich auch darum, die Menschen mitzunehmen, ihre Sorgen und Ängste ernst zu nehmen und durch Weiterbildung und lebenslanges Lernen auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle von dem digitalen Fortschritt profitieren können. Zum anderen sind wir bei der Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion keinesfalls am Ende angelangt. Deshalb müssen wir die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Euro-Raum wirksamer verankern. Dazu gehört natürlich die Eigenverantwortung jedes Mitgliedstaates durch eigene, ehrgeizige Reformen Wachstum und Stabilität zu stärken. Dabei bleibt auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt in Zukunft der Kompass unseres Handelns. In Europa muss für uns dabei weiterhin gelten, dass Haftung und Kontrolle stets zusammengehen. Dieses Thema werden wir auf dem Rat im März vertieft erörtern. Parallel arbeitet die Eurogruppe intensiv an der Fortentwicklung der Bankenunion. Natürlich werden wir uns im März dann auch mit Fragen der Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt beschäftigen. Drittens, meine Damen und Herren, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Wir wollen, dass Europa nach außen geschlossen auftritt. Ein wesentlicher Beitrag hierzu ist die weitere Stärkung der gemeinsamen Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir haben nach bemerkenswert kurzer Vorbereitungszeit und Deutschland und Frankreich haben hier eine entscheidende Rolle gespielt, auf dem Rat im Dezember den Startschuss gegeben für die strukturierte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Ein Projekt, das jahrzehntelang in Europa nicht zustande gekommen ist. Jetzt geht es darum, in den nächsten Tagen auch die ersten konkreten Projekte wirklich auf die Reihe zu bringen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich deshalb eine kleine Bemerkung zu der nationalen Diskussion machen. Unsere Bundeswehr leistet herausragende Arbeit in den internationalen Einsätzen. Wir sind in der NATO der zweitgrößte Truppensteller inklusive der auch truppenstellungsgleichen Einsätze. Das heißt, wir spielen eine entscheidende Rolle. Lassen Sie mich an dieser Stelle unseren Soldatinnen und Soldaten hier zu Hause und im Ausland herzlich danken. Zweitens. Wir haben Mängel in der Bundeswehr. Diese Mängel beruhen auf Entwicklungen von vielen Jahren zuvor. Und es ist richtig und wichtig, dass der Wehrbeauftragte diese Mängel benennt. Aber es ist auch richtig und wichtig, dass wir darüber nicht vergessen, was auch geleistet wurde. Und wir müssen aufpassen, dass wir international nicht in eine etwas zwiespältige Rolle kommen. Auf der einen Seite beklagen, was alles bei uns nicht passt und klappt. Und auf der anderen Seite, ich würde sagen, als einziger Mitgliedstaat der NATO immer wieder in Frage zu stellen, welche eigenen Verpflichtungen für den Zielkorridor der Ausgaben wir zugestimmt haben. Und das passt nicht zusammen. Und damit wird man kein verlässlicher Verbündeter, meine Damen und Herren. Neben der verstärkten Sicherheitskooperation ist ein einheitliches europäisches Auftreten in der Außenpolitik Voraussetzung dafür, dass wir unser europäisches Gewicht in die Lösung von Konflikten und die internationale Kooperation einbringen. Und bei einer gemeinsamen Außenpolitik gibt es noch viel zu tun in der Europäischen Union. Das gilt für unsere Beziehungen in Richtung Russland. Das gilt für unsere Beziehungen in Richtung China. Und das gilt auch für unsere Rolle bei der Lösung regionaler Konflikte. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen geht es wahrscheinlich auch so wie mir, was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen Ereignisse in Syrien, der Kampf eines Regimes nicht gegen Terroristen, sondern gegen seine eigene Bevölkerung, die Tötung von Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern, all das ist ein Massaker, das es zu verurteilen gilt. Und da nehmen wir ein klares Nein entgegensetzen, was uns aber auffordert, auch zu versuchen, eine größere Rolle dabei zu spielen, dass wir ein solches Massaker beenden können. Und darum müssen wir uns als Europäer bemühen, meine Damen und Herren. Und diese Aufforderung gilt auch für die Verbündeten des Assad-Regimes, ganz besonders Iran und Russland. Hier gibt es eine Verantwortung. Unser Bundesaußenminister hat heute früh noch mit dem Internationalen Roten Kreuz mit Herrn Maurer telefoniert. Er wird mit dem russischen Außenminister sprechen. Wir müssen alles, was in unserer Kraft steht, tun, damit dieses Massaker ein Ende findet, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, CDU und CSU und SPD geben mit ihrer Koalitionsvereinbarung also wesentliche Impulse für eine deutsche Europapolitik, die erfolgreich sein kann. Und es drückt sich darin aus, dass Deutschland seine Verantwortung zu übernehmen bereit ist. Und das leitet mich auch zu den Beratungen des morgigen informellen Europäischen Rats im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs. Großbritannien wird morgen nicht dabei sein, wenn wir uns mit der Zukunft unserer europäischen Institutionen und dem künftigen Finanzrahmen der Europäischen Union befassen. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass 2019 ein Jahr sein wird mit vielen europapolitischen Umbrüchen. Und deshalb müssen 2018 die Weichen richtiggestellt werden. Ende März nächsten Jahres wird mit Großbritannien ein großes und wichtiges Land die Europäische Union verlassen. Zwei Monate später wählen die Europäerinnen und Europäer ein neues gemeinsames Parlament. Und im Herbst wird eine neue Europäische Kommission ernannt. Im November 2019 läuft die zweite und letzte Amtszeit von Donald Tusk aus, des Präsidenten des Europäischen Rates. Und auf all diese Entwicklung müssen wir uns jetzt vorbereiten. Das betrifft zum einen die Vorbereitung der Institutionen, allen voran des Europäischen Parlaments auf die nächste Europawahl. Wir werden in dem Zusammenhang auch über das Thema Spitzenkandidaten sprechen, was ja ein Thema der Parteien ist. Die Parteienfamilie, der ich angehöre, die Europäische Volkspartei hat inzwischen diese Institution des Spitzenkandidaten in ihr Statut übernommen. Durch den Austritt Großbritanniens werden 73 Sitze im Europäischen Parlament frei. Und das Europäische Parlament schlägt vor, 27 von diesen 73 Sitzen neu zu verteilen und die übrigen Sitze zunächst einzusparen, auch als Reserve für die Zukunft. Ich erwarte für diesen Vorschlag breite Zustimmung im Kreis der Staats- und Regierungschefs. Wir dürfen und wir können die Debatte über die Zukunft Europas natürlich nicht von der Debatte über den neuen europäischen Finanzrahmen ab dem Jahr 2021 trennen. Und deshalb werden wir genau darüber auch am Freitag zum ersten Mal diskutieren. Dieser Rahmen muss ja ein Teil der Antwort auf die Frage sein, was für ein Europa wir in Zukunft haben wollen. Der neue Haushalt soll Europa unterstützen, die anstehenden Herausforderungen dann auch wirklich meistern zu können. Und die vereinbarten Prioritäten müssen sich deshalb in einem modernen Haushalt angemessen widerspiegeln. Dabei betrachte ich den Einschnitt, den der Austritt Großbritannien aus der EU ohne jeden Zweifel für die Europäische Union bedeutet, auch als Chance, die EU-Finanzen insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Wir müssen den Blick für das Wesentliche schärfen und unsere Entscheidungen danach ausrichten, in welchen Bereichen der europäische Mehrwert für uns Mitgliedstaaten, aber auch für Europa als Ganzes am größten ist. Ich will ein handlungsfähiges, ein solidarisches, ein selbstbewusstes Europa. Und dafür müssen wir bereit sein, Europa da zu stärken, wo europäische Lösungen besser als nationale oder regionale sind. Ein Beispiel ist der Aufbau eines europäischen Grenzschutzes. Inzwischen erfüllt dieser europäische Grenzschutz seine Aufgaben viel wirkungsvoller, als das noch vor zwei Jahren war. Wir haben den Schutz der Außengrenzen 2016 auf eine neue Grundlage gestellt und die europäische Grenz- und Küstenschutzwache Frontex mit neuen Befugnissen ausgestattet. Aber es bleibt in diesem Bereich noch sehr viel zu tun. Die Europäische Union hat 14.000 Kilometer Außengrenze. Und deshalb muss die Personalausstattung von Frontex massiv verbessert werden. Bei der Neuverteilung der Strukturformmittel müssen wir darauf achten, dass die Verteilungskriterien künftig auch das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten widerspiegeln. Meine Damen und Herren, übergeordnetes Ziel eines modernisierten EU-Haushalts muss natürlich ein wettbewerbsfähiges Europa sein. Dies umfasst zum einen die Stärkung von Forschung, Innovation und Digitalisierung sowie Infrastruktur, wie wir uns das auch in unserem Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Zum anderen sollten EU-Mittel aber auch stärker dafür eingesetzt werden, die Umsetzung von Strukturreformen voranzubringen. Strukturreformen sind ja eine Daueraufgabe für ein wettbewerbsfähiges und stabiles Europa. Und der EU-Haushalt muss dafür einen wichtigen Beitrag leisten. Und mit Blick auf die Regionen wollen wir sicherstellen, dass auch im neuen EU-Haushalt eine starke Kohäsionspolitik gewährleistet ist. Weniger entwickelte Mitgliedstaaten brauchen weiter Unterstützung. Und zugleich sollten die EU-Strukturfonds weiterhin allen Regionen zukommen, damit sie jeweils ihre Herausforderungen angehen können. Und das ist natürlich auch eine Frage der Solidarität. Und dabei ist unser Verständnis, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist. Es obliegt allen Mitgliedstaaten, die Verantwortung für das Ganze nie aus dem Blick zu verlieren. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Wahrung unserer gemeinsamen europäischen Werte, auf denen die Europäische Union überhaupt nur aufbaut. Und deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir auf dem morgigen informellen Treffen der 27. EU-Staats- und Regierungschefs auch über den Vorschlag europaweiter Bürgerdialoge sprechen, mit dem wir in diesem Jahr Europa wieder stärker in das Bewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger bringen wollen. Ich halte das für ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben als frühere Bundesregierung einen Dialog mit unseren Bürgerinnen und Bürgern geführt. Das war sehr aufschlussreich. Und wir müssen genauso für die europäische Idee werben, sie erläutern, Bürgerinnen und Bürger versuchen davon zu begeistern. Und das heißt auch, dass wir den Menschen zuhören, dass wir uns um ihre Wünschen, Sorgen und Anliegen besser kümmern. Und das gelingt nach meiner festen Überzeugung am besten im persönlichen Gespräch. Und deshalb wollen wir in diesen Dialog mit der Zivilgesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern eintreten. Und gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron werde ich beim informellen Europäischen Rat dafür werben, dass möglichst viele Mitgliedstaaten sich an diesen Dialogen beteiligen. Und die Ergebnisse der nationalen Dialoge sollten dann Ende des Jahres zusammengeführt werden und unsere weiteren europäischen Überlegungen unterstützen. Denn das ist auch etwas, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir nicht einfach mal sprechen, sondern dass das, was sie uns mit auf den Weg geben, auch umgesetzt wird. Ich bin sehr dankbar, dass der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angeboten hat, den Prozess der Bürgerdialoge mit den Mitteln der Kommission zu unterstützen. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das sind unsere Leitlinien für das bevorstehende Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Der nächste reguläre Rat wird im März stattfinden. Unser Treffen soll ein gemeinsames Verständnis darüber schaffen, wie die zukünftig 27 EU-Mitgliedstaaten vorangehen wollen und wie sie die gemeinsamen Herausforderungen bewältigen wollen. Wir werden Beharrlichkeit brauchen, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft der europäischen Sache zu dienen. Dann können wir erfolgreich sein. Deutschland wird sich so einbringen, dass wir erfolgreich werden. Herzlichen Dank. Applaus 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 Jetzt eröffne ich die Aussprache. Als erster Rednerin erteile ich das Wort der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Andreas Nahle.